Es ist die Woche der Zinsentscheide. In den USA, in England, in Europa und auch in der Schweiz ist über die Leitzinsen entschieden worden. Was heisst der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank für uns und wie sind die Worte von Thomas Jordan zu deuten? Schätzte Damen und Herren, wie erwartet halten alle Notenbanken an ihren bisherigen Leitzinsen fest. So auch die Schweizerische Nationalbank. Sie lässt den Leitzins bei 1,75%. Das, nachdem sich die Inflation deutlich entspannt hat und mit 1,4% wieder in der angeschreibten Bandbreite zwischen 0 und 2% angekommen ist. Auch in den USA und der Eurozone zeigen die letzten Inflationszahlen, dass die restriktive Geldpolitik langsam ihre Wirkung entfaltet. Nach 11 Zinserhöhungen in den USA, 10 in Europa und 5 beherzten Schritten in der Schweiz sind wir unserer Ansicht nach am Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken nachgekommen. Und schon wird darüber spekuliert, wenn die ersten Zinssenkungen kommen könnten. In den USA wie auch in Europa wird ein rascher Zinsschritt erwartet. Die US-Notenbank signalisiert drei Senkungen für 2024. Der Markt rechnet für die USA bereits mit sechs Sankungen um jeweils 25 Basispunkte. Auch wir können uns vorstellen, dass der erste Schritt im ersten Halbjahr kommt. Im Gegensatz zum Markt rechnen wir aber eher mit einer ersten Sankung im zweiten Quartal. Für den Aktienmarkt birgt das ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Auch für die SNB rechnet der Markt bereits im März mit einem Zinsschritt auf einen Leitzins von 1,5%. Das halten wir für verfrüht. Wir glauben, dass die SNB in Pulver nicht gerade verschiessen will und er erst im zweiten Halbjahr an der Zinsschube dreht. Den Zinshöchststand könnten wir also schon in diesem Jahr bereits wieder hinter uns haben. Nach den starken Zinsrückgängen an den März der letzten paar Wochen und nach der Publikation der aktuellsten Zinsentscheide rechnen wir aber mit einer gewissen Gegenbewegung an der Zinsfront. Liebe Damen und Herren, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und bereits jetzt einen guten Rutsch ins Anlagejahr 2024.